Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5532 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe viele große Bauklötze. Ich kann eine Mauer daraus bauen. Ich habe viele große Bauklötze. Ich kann eine Mauer daraus bauen. Ich kaufe 600 Gramm Kichererbsen in einem Bioladen. Ich kaufe 600 Gramm Kichererbsen in einem Bioladen. Ich kaufe 600 Gramm Kichererbsen in einem Bioladen. Ich habe ein paar Zahlen zusammengestellt. Wir können mit der bisherigen Entwicklung sehr zufrieden sein. Ich habe ein paar Zahlen zusammengestellt. Wir können mit der bisherigen Entwicklung sehr zufrieden sein. Ich habe ein paar Zahlen zusammengestellt. Wir können mit der bisherigen Entwicklung sehr zufrieden sein. Ich weiß nicht, welches Werkzeug du brauchst. Bei unserem gemeinsamen Treffen haben wir angeregt diskutiert und viel gelacht. Kann ich Oma mit diesem alten Telefon anrufen? Kann ich Oma mit diesem alten Telefon anrufen? Die Begeisterung ist der Anfang von allen großen Dingen. Die Begeisterung ist der Anfang von allen großen Dingen. Die Begeisterung ist der Anfang von allen großen Dingen. Ich frage mich, was mein Mann jetzt macht. Ich frage mich, was mein Mann jetzt macht. Ich bezahle meine Einkäufe meistens mit Kreditkarte. Ich bezahle meine Einkäufe meistens mit Kreditkarte. Ich bezahle meine Einkäufe meistens mit Kreditkarte. Ich habe mit Ralf schon darüber gesprochen. Er ist auch meiner Meinung. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Dann bitte nicht, diese Bahn Doesnk made. Ich schaue mich jetzt mal einoutine. Ich werde nicht mit Ralf schon über Friesen zurückkeillieren. Aber auch in der quartierf this COM . Aber die Begeisterung' Aber die Begeisterung ist das Kreditkarte warst du als An vein. Was wärmer und überhaupt gemacht hat. Was ist da eine schöne Begeisterung. Vielen Dank.